Willkommen zurück zu Kenner Ridge of Spirits. Ich hoffe euch geht's allen gut und wir machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind gerade dabei, Toshis Pfade zu gehen, um natürlich gegen ihn am Ende zu kämpfen. Und wir gehen jetzt in den dritten Pfad. Watt des Jägers. Ich muss mal schauen, was hier passiert. Nicht, dass ich jetzt wieder über Hashtag rückte und dann... Ah, ok. Ok. Oh, was mache ich denn? Charging? Warum kann ich da nicht durchchargen? Wait, what? Jetzt. Scheinbar gerade ein bisschen geglitscht. Das war jetzt ein bisschen... ...web. Ah, ich habe mich nicht getroffen. Ist da irgendwas? Das war jetzt Fail. Ich und springen. Immer so eine Sache. Was soll... ...interagieren? Und? Was ist das für eine Linie? Was ist das für eine komische Zone? Aber die Frage bleibt, was war das gerade für ein komisches Feld? Ich werde jetzt nicht so ganz verstehen, was das war. Das ist so ganz verstehe ich die Felder jetzt nicht. Wirklich aufhalten, nun möchte ich die Felder nicht. Hopp. 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 Ah, geht doch. Und hier drauf? Moment mal, ich kann doch sicher, ähm, den Charge irgendwie abwerden, oder? ... ... Upgrades. Achso, geht nicht in den Fall. Schade. Oh, hopp. Komm. Ich habe natürlich, äh, gerade keine Auflagen. Geht's. Ach komm schon. Oh Gott, ist meine Reaktionsfähigkeit echt für die Kunde. Oh Gott. Oh Gott. Frage ist, was soll ich damit wegräumen? Da hinten wahrscheinlich. Also der Kamerawinkel, wenn man in dem Modus hier ist, ist echt für die Tourne. Moment. Okay, also das Ding kann durch, aber ich nicht. Oh, hopp. Moment, bin ich ins Wasser gefallen? Ähm. Lost. Ist immer eine Rott runtergefallen. Heißt, ich muss hinterherlaufen. Wenn die es nicht allein hoch schaffen. Ja, sind tatsächlich ins Wasser gefallen. Okay. Oh, 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 oh. What? Ich habe den Schwung nicht geschafft? Hitzhaft. What? Übersehe ich irgendwas? Oder bin ich einfach nur schlecht im Springen? Ich glaube, ich bin einfach nur schlecht im Springen. Richtig weird. Warum habe ich denn den Sprung nicht geschafft? Was auch immer hier abgeht. Oh, gefehlt. Wait, what? Okay. Nicht die Maske aufsetzen, sonst wird das Ding anpassen. Jetzt. Oh, Diego. Mega. Er hat gegen Baum geschossen. Was sind das für kleine Werby? Das ist sehr verbuggt. Ich glaube, wir haben hier einen verglitschten Boss. Jetzt hat er es geschafft. Sollte ich vielleicht auch nicht unbedingt in die Linie reingehen. Oh, ich habe ihn. Uh. What? What? Oh, shit. Das ist mir. Ah, daneben. Ah, daneben. Ich bin auch nicht. Ich habe gerade noch erwischt beim Gewinn. Ah, nicht rechtzeitig Ja, ein Schuss noch Ich benutze die Relikte, um Toshi zu befreien Na, ein Rot noch, dann kriege ich noch einen Bonus Jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich irgendwelche Upgrades für meine Bomben... Achso, habe ich schon alles Verbesserter Köche Besten könnte ich es mir Dann hole ich mir alle Upgrades, die ich kaufen kann Hat ja keinen Sinn, meine Brunke ungenutzt zu lassen Oh, ist das so zu sehen So, aber jetzt können wir Toshi... Läutern oder befreien, je nachdem wie man es auslegen will Hoffe ich jedenfalls Ja, das könnte jetzt interessant sein Ja, das könnte ich auch nicht Ich bin Ich bin Ich bin Your will is strong, Spirit Guide. The paw of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You want to challenge me? Come. It's interesting. Puh, krass, he can't knock? Moment. Ich hab'n ganz schlechtes Gefühl. Uh. Die sind nicht blockbar. Jedenfalls nicht von mir. Ja, den kann er nicht blocken. Keine Chance. Moment. Also, er kann einen Angriff blocken, so wie es aussieht. Das kann ich ja nicht mehr machen. Achso, die explodieren. Die, ähm, Rottpfeile kann er nicht blocken, scheinbar. Oh. Ich kann seine Angriffe, äh, unschädlich machen. Weil er kann meine Pfeile halt komplett, äh, umleiten. Wenn es keine Rottpfeile sind. Okay, jetzt muss ich mich wieder blocken. Weil die Dinger kann ich nicht blocken. Oh. Ach, das ist ein anderer Move. Oh, 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 oh. Oh, oh, what? Find your face. Weil die normalen Pfeile kann er normalerweise blocken. Ja, das soll zu lang sein. Ja. Ha. Im Charge erwischt. Ja, ich komm nicht weg. Wut, halt nicht. Oh. Okay. Na. Ich hab schon Toshi gegangen. Ja. Was war's, Toshi? Oder auch nicht. Was war's? The rot are quite powerful, but I have faced them once before. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. What? Oh nein. They want to go back. That's a shot in my face. Oh man. Oh man. Direkt hinterher würde ich sagen. Hier muss ich auf jeden Fall ein Foto machen. Oh ja, machen wir noch eins. Am besten wo sie nicht so eine blöde Haltung hat. So. Direkt in der nächsten Form, ne? Ja, okay. Weil ich kann jetzt natürlich auch keine Rottkarte mehr verschießen. Schöne hier mal. Halt schon her. Oh ja, ich kann das noch nicht mehr machen. Oh ja ja. Was ist das? ich könnte mir mal Schaden zufügen what the fuck ah klar zurück ich muss ihn nur richtig treffen ah dass ich die Zeit nicht mehr anhalten kann im Moment ich kann wait das funktioniert ich verstehe nicht so ganz weil das Herz kann ich nicht angreifen was ist hier los ah also muss ich doch auf die Leuchten hinzuschießen was ist jetzt nicht angenommen Problem wird jetzt mein heilen sein ich habe jetzt keine Möglichkeit mich zu heilen das heißt ich darf jetzt keinen Schaden mehr nehmen wie möglich ist das heißt ich darf jetzt keinen Schaden mehr nehmen ja das ganze ohne die Rot ist ein bisschen blöd ich habe mich nämlich daran gewöhnt dass ich meine Zeit verlangen können wende ich nicht man kann es nicht man kann es mir aber Das war's für heute. Die Sache ist, wie mach ich das jetzt kaputt ohne meine Rott? Ah, ich hab sie wieder. Jedenfalls ein paar davon. Heißt, ich kann jetzt endlich wieder gescheit schießen. Ich hab sie wieder gescheit. Bingo. Ich seh ja gar nicht, wo ich hinwerf. Oh, dass so ein Licht ist. Ja. Tatsache. What? Wait, what? What? Das bricht hier alles ein, oder? Oder seh ich das falsch? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, nein, nein, nein. Das reicht nicht. Oh, Mann. Mann, ich verstehe es nicht. Was geht hier ab? Die sinken, oder? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich bin gerade schon. Ich bin gerade schon. Ich bin gerade schon. Nein. Komm. eklig meine ganze rott jetzt geht es wieder ab was ist das auf dem Rücken? 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 ja ich konnte mich anklagen würde ich nicht verstehen ja ich kann hier gar nichts machen ich kann nicht mehr darauf reagieren ich kann das auf dem Rücken ich kann das auf dem Rücken ich kann das auf dem Rücken ja geht jetzt oh mein bock ich muss mich die letzten sperre rausreißen ich muss noch eine runde überlegen so awesome ich glaube ich soll da nicht drauf rumkrabbeln so was muss ich jetzt machen was soll ich hier einfach durchlaufen durch diese feuerwand kann ich ja nicht einfach durchlaufen habe ich irgendwas verpasst warum geht es nicht weiter warum bewegt sich denn sein schwanz noch ach ich muss dem sein herz kaputt machen oh gott lost bitte sag mir nicht dass ich den ganzen kampf nochmal machen muss nein ich würde sagen ich beende die folge hier und dann machen wir den bosskampf nächstes mal nochmal äh sorry das war jetzt gerade echt verpeilt ich dachte ich muss da irgendwo lang dabei muss sich noch sein herz zerstören naja man sieht sich in der nächsten folge naja sorry für den fail naja naja Bis zum nächsten Mal.